Eine ziemlich simple Frage heute. Wie wurde der Templer-Orden gegründet? So simpel die Frage ist, so komplex wird die Antwort darauf heute werden. Denn einige der Details der Gründung dieses Ritter-Ordens sind nun ja gar nicht so einfach zu ergründen. Um zu sehen, was wir dennoch herausfinden können, schnappen wir uns heute Hugh de Pins, einer der Gründer des Ordens, und begleiten ihn durch die Gründungsphase des Templer-Ordens. Und zwar konkret bis ins Jahr 1127. Warum 1127? Naja, da kehrt der gute Hugh nämlich aus der Levante in den Westen zurück, um allen von seiner nice neuen Idee dieses Templer-Ordens zu berichten. Und für uns stellt das wirklich eine schöne Zäsur dar, mit der wir arbeiten können. Am Ende fasse ich euch noch mal die ganzen Ereignisse in einer möglichen Chronologie einfach und simpel zusammen. Bleibt also bis zum Ende dran. Witzig lohnen, Leute. Und jetzt auf ins 12. Jahrhundert, oder? Let's go! Leute, was geht ab? Hamelka hier. Ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte, hab zum Templer-Orden promoviert und ihr kennt das alles. Das heißt nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätte, aber ich glaube, dass ich euch dadurch vielleicht die ein oder anderen Sachen ganz gut einordnen kann. Übrigens, ich freue mich immer sehr über Hinweise, Ergänzungen und auch Kritik zu meinen Videos. Und wenn ihr es euch habt, packt es mir gerne in die Kommentare. Auch Video und Themenvorschläge, was ich in Zukunft mal bearbeiten könnte, sind immer sehr gern gesehen. Also, haltet euch nicht zurück und schaut mal entweder am Montag oder am Donnerstag 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal vorbei oder wenn ihr Bock auf Discord habt, ich habe eine kleine aber feine Community am Start. Schaut doch da mal rein. Links gibt es in der Videobeschreibung. So, warum wird die heutige Nummer eigentlich so problematisch? Naja, wir haben ein dickes, fettes Quellenproblem, wie so häufig bei den Templern. Wo ist dieses Zentralarchiv? Speziell für die heutige Folge heißt es aber auch, viele der präsentierten Fakten und Daten sind Teil des laufenden Forschungsdiskurses und können nicht als sowas definitiv verstanden werden. Genau deshalb wird eben ja auch mit der Gründungsphase der Templer so extrem viel Schindluder betrieben, weil einfach viel Raum zur Spekulation ist. Die Problematik fängt schon damit an, dass es zunächst mal keinen Gründungsbericht aus Hand der Templer selbst gibt. Das ist schon mal Mist. Selbst wenn er natürlich mit Vorsicht zu genießen wäre, das ist ganz klar. Und es gibt noch nicht mal irgendwie einen Augenzeugenbericht von jemandem, der bei der ganzen Sache dabei gewesen wäre und die Nummer dann vielleicht irgendwie notiert hätte oder so. Das ist ärgerlich, aber keineswegs ein Grund, hier gleich irgendwelche Geheimnisse oder Hidden Agendas der Ordensgründer zu wittern. Und ganz ehrlich, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, überrascht es auch nicht sonderlich, dass wir von den Anfangsjahren der Templer von dieser Gründungsphase keine Fülle an Quellen haben, oder? Ich meine, die Templer wurden in den frisch eroberten Kreuzfahrerstaaten gegründet, weit weg von den klassischen Autoren und den gelehrten Zentren dieser damaligen Zeit. Und es ist auch ganz spannend zu sehen, denn entsprechend groß ist die Verwirrung tatsächlich auch bei den Autoren im Westen, als sie zum ersten Mal von diesem Orden hören und versuchen, seine Anfänge aufzuzeichnen. Man spürt in ihren Texten förmlich, dass keiner so recht weiß, was die Templer eigentlich sind und vor allem auch zum Beispiel, wann sie gegründet worden sind. So ab den 1140ern ungefähr finden wir langsam Hinweise auf die Gründung des Ordens auch in westlichen Quellen, zum Beispiel bei Anselm dem Bischof von Habelburg, Richard von Poitou oder Otto von Freising zum Beispiel. Aber so richtig das korrekte Datum treffen tut irgendwie niemand so recht. Woher wissen wir aber dann dennoch von den Anfangsjahren der Templer? Naja, es gibt schon einige Berichte, die von der Gründungsphase der Templer erzählen. Alle sind aber im Nachhinein und zumeist dann unter dem Eindruck des großen Einflusses dieses Templer-Ordens eben geschrieben worden. Und vier der wichtigen werfe ich hier mal in den Raum. Ist ein tolles Klugscheißerwissen, diese Namen dann auch zu kennen. Einer ist Walter Mapp. Eine zweite wichtige Quelle ist die Chronik des R0. R0 war nach allem, was wir wissen, ein knapper Desbalian von Iblin. Zudem erwähnen sollte man die Chronik Michaels, genannt des Syrers. Und das Spannende an ihm ist, dass der eine Reihe von Details am Start hat in seinem Text, die die weitaus wichtigste Quelle für die Gründungsphase des Templer-Ordens, nämlich der Historie des Wilhelm von Tyrus, nicht zu bieten hat. Und damit ist auch die vierte wichtige Quelle, genannt nämlich die Historie des Wilhelm von Tyrus. Der war Erzbischof dieser gleichnamigen Stadt und ist 1186 gestorben. Also genau ein Jahr vor diesem schicksalshaften Jahr 1187, was für die Templer und auch für die Kreuzfahrer insgesamt so einflussreich sein sollte. Man könnte hier sicher noch weitere Quellen anführen, aber irgendwie muss die Sache hier auch ein bisschen übersichtlich bleiben. Gerade dieses letztgenannte Werk von Wilhelm ist von außergewöhnlicher Bedeutung für die Kreuzzugsforschung. In der Templer-Forschung hat Wilhelm einen Ruf weg, denn die Templer fand er richtig, richtig... Er hat nämlich die Auffassung vertreten, dass der Orden diese zahlreichen Privilegien, die er im Laufe der Zeit bekommen hat, in, naja, wie soll man sagen, ziemlich unfairer Weise ausnutzen wird. Seine Geschichte wurde wahnsinnig häufig kopiert und weiter überliefert, also es in wahnsinnig vielen unterschiedlichen Abfassungen erhalten und es ist daher nicht verwunderlich, dass es vor allem seine Story und auch sein Narrativ vom Templer-Orden ist, das sich im Grunde bis in die Templer-Dokus von heute durchgesetzt hat. Nämlich die Story vom rasanten Aufstieg und dann moralischen und dann auch tatsächlichen Fall des Ordens. Achtet da in den nächsten Dokumen drauf, die ihr zum Templer-Orden seht, das wird euch sicherlich auffallen. Gut, aber soweit zunächst mal. Wir schnappen uns also Hü und versuchen seinen Weg mal mit dem Bericht Wilhelms von Tyrus nachzuzeichnen. Den Bericht von Wilhelm werde ich dann, wann immer es sich anbietet, mit den anderen Quellen von R0, Michael dem Syrer und Walter Mapp ergänzen, um so gut es geht ein Gesamtbild zur Gründungsgeschichte des Templer-Ordens zusammenzubasteln. Klingt das gut für euch? Let's go! Wann Hü de Pan in die Levante kommt, also aus den christlichen Reichen in den Osten fährt, ist nicht so ganz klar. Vermutlich war er kein Teilnehmer des ersten Kreuzzuges. Was wir aber wissen ist, dass er im Gefolge seines Herrn des Grafen Hü de Champagne dort aufschlägt. Das Witzige ist, dieser Graf Hü wird eines der ersten Ordensmitglieder noch dazu durch das Prominentes dieses neuen Templer-Ordens werden. Irgendwann kommt es also zur Gründung eines Ordens, wie wir wissen. Wilhelm von Tyrus sagt in seiner Historia dazu folgendes. In demselben Jahr beschlossen einige Edel aus dem Ritterstand, gottergebene und gottesfürchtige Männer, als sich regelgebende Kanoniker, den Dienst Christi zu leben und legten in die Hand des Patriarchen das Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armut ab. Die ersten und ausgezeichnetsten unter ihnen waren die ehewürdigen Männer Hugo von Payan und Gottfried von St. Aldemar. Weil sie weder eine Kirche noch ein bestimmtes Haus hatten, wies ihnen der König für die nächste Zeit in dem Teil seines Palastes, der gegen Süden an den Tempel des Herrn grinst, eine Wohnung an. Okay, das ist schon mal richtig spannend, denn hier steckt schon wahnsinnig viel drin. Hü und die ersten Templer sind also offenbar überhaupt nicht angereist mit dem Gedanken, mal just einen Ritterorden zu gründen, oder? So liest sich das. Wilhelm zufolge wollten die zunächst mal nur als Kanoniker einem religiösen Leben nachgehen und haben sich deshalb in die Hände des Jerusalemer Patriarchen begeben. Das war zu der Zeit ein Typ namens Warmund von Pekini. Und bei ihm haben diese, sagen wir mal, Soon-to-be-Templer, diese Proto-Templer könnte man sagen, dann die dafür üblichen Gelübde, nämlich Armut, Keuschheit und Gehorsam abgelegt. Und weil aber nirgends so richtig Platz war für die Jungs, hat sich ihnen der Jerusalemer Machthaber dann, nämlich König Baldwin II. angenommen und ihnen einen Teil seines Palastes überlassen. Soweit, so gut. Es spricht aber einiges dafür, dass das Bild, das uns Wilhelm hier liefert, zumindest ein bisschen, wie soll ich sagen, unvollständig ist. Denn wenn wir neben dieser Ausführungen von Wilhelm andere Gründungsberichte daneben legen, scheint sich unser Bild irgendwie zu vervollständigen. Die eingangs schon kurz erwähnte Chronik des R0 sagt uns nämlich, dass sich Hu und die späteren Templer, bevor sie ihren eigenen Orden der Templer dann gegründet haben, zunächst dem Heiligen Grab, also der Grabeskirche gewidmet hätten und dort in irgendeiner Gemeinschaft von Gläubigen abgehangen hätten. Wir erfahren hier also offenbar etwas über diese unmittelbare Vorgeschichte der Ordensgründung, wie es scheint. Das passt auch zum Bericht von Michael dem Syrer zum Beispiel, der sagt, dass Huy-de-Pin eigentlich ins Heilige Land gekommen sei, um, wer hätte es gedacht, Mönch zu werden. Bevor die Nummer mit dem Ritterordner irgendwie begonnen hat. So, und was halten wir jetzt davon? Naja, ehrlich gesagt scheint das Ganze gar nicht so unwahrscheinlich, was uns hier als Vorspiel zur Ordensgründung präsentiert wird. Denn wir wissen zum Beispiel, dass sich kurz nach dem ersten Kreuzzug in der Grabeskirche schon eine Gemeinschaft von Kanonikern niedergelassen hat, die nach der Regel des heiligen Augustinus zusammenlebten. Offiziell gegründet wurden die 1114. Das waren die sogenannten Chorherren vom Heiligen Grab. Unter anderem war Gottfried von Bouillon, also der erste Machthaber Jerusalems, in irgendeiner Weise Schirmherr dieser frühen Gemeinschaft. Und nach und nach hatten sich diesen Kanonikern der Grabeskirche geistliche, primär, aber eben auch ritterliche Laien offenbar angeschlossen. Und darunter waren laut R0 offenbar auch die späteren Templer. Auch dieser Quelle zufolge war es, das Anliegen dieser Proto-Templer zunächst mal eben ein gottgefälliges Leben zu führen, in einer der Formen, die den Menschen eben damals geläufig war. Nämlich in einer geistlichen Gemeinschaft. Und wir dürfen nicht vergessen, es gab sowas wie die Templer. Ein Mischgebilde aus Betenden und Kämpfenden gab's davor nicht. So, warum macht es nun Sinn, den Bericht von R0 dem von Wilhelm in diesem Detail vorzuziehen, beziehungsweise beide miteinander zu ergänzen? Naja, die Templer weisen Zeit ihres Bestehens auf unterschiedlichen Ebenen Verbindungen zur Grabeskirche auf. Und naja, das würde erklären, warum das so ist. Wir wissen zum Beispiel, dass die Templer in den Gebieten der Levante in ihren Messen dem liturgischen Ritus der Grabeskirche folgten. Auch ist die erste Ordensregel der Templer beispielsweise ganz klar beeinflusst von der des heiligen Augustinus. Und dieser Regel sind eben auch die Kanoniker im heiligen Grab gefolgt. Während das natürlich alles Indizien sind, ist vielleicht der aussagekräftigste Punkt der folgende. Großmeister der Templer trugen bisweilen ein Abbild der Grabeskirche auf ihren Siegeln, wie hier zum Beispiel das Siegel des Bertrand de Blanc vor 1168. Und all das wären klare Rückbezüge auf die konkreten Anfänge des Ordens in der Grabeskirche. Bevor die Templer also wussten, dass sie Templer werden würden, sind sie offenbar zunächst mal als ganz normale religiöse Dudes, als Kanoniker, einem sehr klassischen spirituellen Leben in der Grabeskirche nachgegangen. Ganz spannend, oder? Die Frage ist, woher kam jetzt der Impuls, eine eigene Gemeinschaft jenseits dieser Kanoniker im heiligen Grab zu gründen? Naja, wie so oft genau können wir das nicht sagen, aber es gibt ein paar spannende Indizien. Denn es könnte sein, dass es die ganz frühen Johanniter waren, die ein Vorbild für den noch zu gründenden Templerorden gebildet haben. Alter, was? Was mache jetzt die Johanniter in der Sache? Und waren nicht, ich dachte immer, waren nicht die Templer der erste Ritterorden? Joey, kannst du es bitte noch komplizierter machen? Ja, die Templer waren auch der erste Ritterorden, aber hier müssen wir präzise sein. Das ist schon richtig. Die Johanniter als Pflegeeinrichtung und Hospital gab es schon weit früher als die Templer. Dieses Hospital bestand schon vor den Kreuzzügen. Und nach der Einnahme Jerusalems 1099 hat der Orden relativ schnell Unterstützung und Anerkennung erhalten und wurde schließlich 1113 dann auch schon unter päpstlichen Schutz gestellt. Soweit zu den Johannitern. Und daher ist es also auch denkbar, dass die frühen Johanniter eine Art Vorbild oder Einfluss für die Gründungsväter der Templer waren und ihnen ein Beispiel dafür waren, was man eigentlich so Sinnvolles für die christlichen Pilger tun konnte. Denn, sind wir ehrlich, neben ihrer gesundheitlichen Versorgung muss ein Orden zu ihrem Schutz, wie die ideale Ergänzung für die Bedürfnisse dieser jungen Kreuzfahrerstaaten gewirkt haben, oder? Jetzt ist aber natürlich die Frage, schöner Vorschlag, Joey, aber wie kommen wir darauf? Nach allem, was ich weiß, gibt es eine einzige Manuskriptüberlieferung der Chronik des R0, die einen ganz speziellen Kontakt zwischen diesen Prototemplern und Johannitern andeutet. Dort steht nämlich, dass die Templer aus dem Hospital entweder geworfen worden wären oder eben dieses verlassen hätten. Okay, hä? Lasst uns mal einen Blick auf die Altstadt Jerusalems zu der Zeit der Kreuzüge werfen, dann sollte vielleicht einiges klarer werden. Schaut mal hier. Hier sehen wir nämlich, dass das Hospital der Johanniter nur ein paar wenige Meter neben der Grabeskirche war. Hier, bezeichnet als das Hospital von St. John. Und ehrlich, wer von euch die Altstadt Jerusalems kennt, der weiß, wie extremst nahe, dass alles aneinander liegt. Der ehemalige Johanniterkomplex nennt sich heute Muristan und ich habe euch hier mal ein paar Videoeindrücke von meinem letzten Aufenthalt dort mitgebracht. Und der ist direkt neben der Evangelischen Erlöserkirche. Und dieser Teil der Stadt liegt tatsächlich echt nur ein paar wenige Meter neben der Grabeskirche. Und heute geht man aus Muristan raus, biegt einmal links durch eine kleine Tür ab und steht sofort vor dem heiligsten Ort der Christenheit. Und dass die Templer in ihrer wirklich ganz, ganz frühen Phase, noch bevor sie in Orden waren, möglicherweise eng mit den Johannitern waren, wird auch noch durch ein paar der ersten Quellen glaubhaft, die man so hat. Denn vor 1128 tauchen die Templer tatsächlich in nur vier Kathularen des Königreichs Jerusalem auf und in zwei davon werden sie im Zusammenhang mit den Johannitern genannt. Könnte also auch noch ein weiteres Indiz für eine Verbindung sein, oder? Wir halten also fest an der Stelle. Unser guter Chuy war also offenbar, bevor er den legendären Orden der Templer gründete, bei den Kanonikern der Grabeskirche und vielleicht sogar eine Zeit lang, ein paar Meter weiter, bei den frühen Johannitern untergebracht. Das dürfte nach allem, was wir wissen, irgendwann in den Jahren zwischen 1113 und 1114, also der Bestätigung des Johanniterordens und der Grabeskanoniker, und 1120 gewesen sein. Warum 1120, erkläre ich euch gleich noch. Okay, ja schön, gut, aber wie wurden die Templer jetzt dann zum Ritterorden? Wilhelm sagt dazu folgendes, ihre erste Aufgabe, die ihnen auch von Patriarchen und den übrigen Bischöfen als ein Mittel, Vergebung der Sünden zu erhalten, besonders anempfohlen wurde, war, die Wege hauptsächlich der Pilgerwegen nach ihren Kräften vor Überfällen der Räuber zu sichern. Aha, hier bekommen wir also klar Auskunft darüber, warum die Templer gegründet wurden. Der Schutz der Pilger, die in dieser frühen Phase der Kreuzfahrerstaaten offenbar immer wieder den Angriffen von Räubern und Plünderern ausgesetzt waren. Spannend ist auch folgendes ja im Übrigen, in der Passage von Wilhelm wird völlig klar, warum Chuy und die Templer den ganzen Kramropp machen, den sie machen. Sie wollten die Vergebung der Sünden erlangen. Und in der Tat scheint die Lage von Pilgern und Siedlern in diesen neuen levantinischen Gebieten recht dramatisch gewesen zu sein. Denn viele der Teilnehmer des ersten Kreuzzugs waren in die Heimat im Westen zurückgekehrt. Und die neue Eroberungen waren militärisch völlig unterbesetzt. Und sein lieber Judepin hat das sicherlich mitbekommen, als er im Heiligen Land angekommen ist. Und besagter Patriarch Waremund von Pekini hat 1120 in dem Brief die Lage vor Ort extremst dramatisch geschildert. Er schreibt, man würde von allen Seiten angegriffen, von Sarazenen aus Bagdad, Aschkelon, Tyrus und Damaskus. Und niemand würde sich mehr ohne bewaffneten Geleitschutz vor die Stadtmauern von Jerusalem trauen. Bis zu den Toren der Stadt selbst trauten sich die Sarazenen schon vor, so Warmund. Und schon im Vorjahr hat es sich ein Vorfall eignet, indem rund 700 Pilger in den Hügeln zwischen Jerusalem und dem Jordan angegriffen wurden, wobei 300 von ihnen getötet und 60 versklavt worden sein sollen. König Baldion hatte dann irgendwie auch sofort bewaffnete Hilfe gesandt, die aber zu spät war und nichts mehr ausrichten konnte. Und Pilgerberichte auch aus dem frühen 12. Jahrhundert berichten ebenfalls von solchen Vorkommnissen. Es gab also durchaus Anlass für die Schaffung einer solchen Miliz zum Schutz der Pilger, wie wir hier sehen können. Dennoch wird immer wieder gerne behauptet, dass die Aufgabe der Templer, nämlich der Schutz der Pilger, als ihr Gründungsgedanke erst so spät in den Quellen greifbar ist, dass das sicherlich nicht ihr ursprünglicher Auftrag war. Sicherlich. Alternativhistoriker nehmen das dann immer wieder gerne zum Anlass, um dem Orden in den frühen Jahren, von denen wir hier gerade sprechen, ja irgendwie geheime Absichten zu unterstellen. Ihr kennt das, Ausgrabungen unter dem Tempelberg, geheime Dokumente, Schätze finden und sowas. Tja, eine der allerersten Urkunden, die wir über die Templer haben, aus dem Jahr 1125, spricht bereits davon, die Pilger sicher von der Küste hinauf nach Jerusalem und Bethlehem zu begleiten. Eine andere ebenfalls recht frühe Urkunde aus dem Jahr 1137 schreibt, an die Ritter des Tempels die göttliche Vorsehung zur Verteidigung des Heiligen Landes und zum Schutz der Pilger durch den Ratschlag Warmuns den Patriarchen von Jerusalem und den Baronen Abgeordneten hat. Upsi, da steht der Schutz der Pilger als Aufgabe ja auch schon drin. So, weiter im Text. Wer hatte die Idee zur Gründung der Templer und wann ging das vonstatten? Klar, es läge natürlich nahe, dass unser Hauptprotagonist Hüdes war, oder? Aber wer konkret den Anstoß gegeben hat, da widersprechen sich die Gründungsberichte tatsächlich, wenn man da mal genauer hinschaut. Wilhelm sagt, das haben wir auch ja gerade im Zitat schon gesehen, dass Patriarch und Bischöfe den Templern die Aufgabe gegeben hätten, die Pilger zu schützen. Das würde bedeuten, dass unser Hü in der Grabeskirche irgendwie abgehangen hätte und der Patriarch dann irgendwann gemeint hätte, du liebster Hugo, Bock auf eine neue Aufgabe vielleicht? Sei echt nicht sauer, aber die Nummer mit den Kanonikern und so, ist ja irgendwie echt nicht sein Ding, oder? Und die Chronik des R0 berichtet aber, dass dieser Impuls aus der Gruppe der Ritter selbst gekommen sei und dann von Baldin II. maßgeblich unterstützt worden wäre. Man hätte sich also mit Erlaubnis des Priors des Heiligen Grabes einen Meister aus der eigenen Mitte gewählt und beschlossen, die Kampfkraft zum Wohle der Verteidigung der Christenheit einzusetzen, weil es eben, das haben wir gerade schon gehört, einen Mangel an Verteidigern gegeben habe. So ungefähr sagt das R0. Und Walter Mapp geht im Übrigen noch weiter und sagt, dass Hü schon mit dem Gedanken angereist war, die Pilger in einer berüchtigten Pferdetränke in Jerusalem zu schützen. Und als diese Angriffe dann nicht besser geworden sind, habe er sich Gefährten gesucht und damit sozusagen die Gründung des Tempelordens gleichsam eingeleitet. Und Michael der Syrie berichtet noch was ganz anderes. Er sagt, dass Hü de Pins mit 30 Gefährten versprochen hätte, zunächst einmal für drei Jahre dem König Jerusalems als Ritter zu dienen, um dann Mönch werden zu dürfen. Er war also sowas wie ein Miles Aterminum, also eine Ritter auf Zeit und das ist ja dann auch später ein Ding bei den Templern selbst geworden. Das habe ich euch in dem Video zur Aufnahme in den Templerorten erklärt. Verlinke ich euch hier. Und König Baldin hätte ihn dann allerdings gebeten, doch weiter als Ritter tätig zu bleiben, um die Pilger zu schützen. Und auch hier läge der Impuls zum militärischen Dienst demnach beim Jerusalemer König. Und als Art Kompromiss hätte Hü dann aber nach Art der Mönche ohne Privatbesitz, ohne Frauen und jetzt Achtung ohne zu baden gelebt. Bäh, wat? Zeichen der Demut und so schon klar, aber trotzdem bäh. Ich mein, damit haben wir jetzt also vier sehr unterschiedliche Beschreibungen dazu, wer die Idee zur Gründung des Templerordens eigentlich hatte. Klasse. Ganz toll, wirklich. Wann die Templer zur eigenständigen Gemeinschaft geworden sind, da kann man dagegen etwas besser versuchen, das einzugrenzen. Der oben bereits genannte ehemalige Bosse unseres Ordensgründers Hü, mit dem Namen Hü, heißt immer jeweils Hugo, also dieser Grafendut aus der Champagne, hat einen Brief bekommen, irgendwann so 1114 oder 1115 vielleicht. Und darin wird er gewarnt, dass er doch bitte einer gewissen Milizia Christi, also einer Miliz Christi, nicht beitreten soll, weil er noch verheiratet sei. Und hiermit könnten tatsächlich die damals noch namenlosen Templer gemeint sein, deren Idee dann in dieser Zeit dann wohl schon irgendwie rumgewabert ist, allerdings halt eben noch so semi-offiziell. Die offizielle Gründung folgte dann einige Jahre später. Und die Datierung ist ein saukomplizierter Vorgang, den die Forschung da geleistet hat, der wirklich tiefstes Wühlen in den Urkunden erfordert. Und für euch kürze ich das hier mal ab. Wie sich aus der Rückdatierung spätere Urkunden errechnen lässt, ist das Jahr 1120 das glaubhafteste Datum für die Ordensgründung. Die geläufige Datierung 1119, die man überall liest und die ihr sicherlich auch schon mal gelesen habt, ist das Resultat der Verwendung unterschiedlicher Kalenderstile in den Urkunden. Und für die Kenner unter euch Rudolf Hiestand ist diese Sache auf die Schliche gekommen. Das bedeutet, dass man lange Zeit die Gründung des Ordens mit 1119 eben ein Jahr zu früh angesetzt hat. Konkret wäre es denkbar, dass dieser neue Orden von Prelaten und weltlichen Führern bei einer Versammlung in Nablus, von der wir wissen, und zwar in der zweiten Januar-Hälfte 1120, abgesegnet wurde. Ob das allerdings genau bei diesem Event stattgefunden hat, sicher ist man sich da in der Forschung leider nicht. Man stützt sich hier lediglich auf, wenn auch sehr glaubhafte, Indizien. Das ist ganz wichtig hier zu sagen. Aber deshalb findet man auch die unterschiedlichsten Datumsangaben zur Gründung des Templordens. Wer das für sich selbst mal nachlesen will, Literaturempfehlungen packe ich euch hier in die Videobeschreibung. So, lasst uns hier also mal zusammenfassen, was wir bisher wissen. Die Berichte der Zeitgenossen sind sich also in den Details uneinig, wie wir sehen. Die Gründe dafür habe ich am Anfang schon mal angerissen. Aber die Elemente, die vorkommen, sind immer wieder die gleichen, so dass sich also ungefähr folgendes Bild ergibt. Einige französische Ritter wollen im Nachgang des ersten Kreuzzuges im Heiligen Land einem religiösen Leben in einer Gemeinschaft nachgehen. Man kann hier schon gerne davon ausgehen, dass sie einfach fromme Menschen waren und in diesem Schritt ihr Heil gesucht haben. Sie schließen sich wahrscheinlich den in der Grabeskirche ansässigen, frisch gegründeten Kanonikern an. Oder beziehen gar bei den noch jungen Johannitern Unterkunft, die ein paar Meter weiter leben. Allerdings ist das junge Königreich Jerusalem unter Druck. Militärisches Not am Mann, so dass man aber dann doch beschließt. Möglicherweise unter dem Einfluss des Patriarchen oder König Balduins dem eigentlich erlernten Kriegshandwerk in Form einer eigenen Gemeinschaft nachzugeben. So, gut, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ein paar von euch ein bisschen verwirrt sind, oder? Ich meine, wir hören jetzt immer Grabeskirche, Grabeskirche. Diejenigen von euch, die sich mit den Templern schon ein bisschen auskennen, haben vermutlich einen ganz anderen Gründungsort im Kopf, oder? Den hat uns Wilhelm vorhin schon recht genau beschrieben, by the way. Aber er überspringt eben die Episode in der Grabeskirche elegant. Lasst uns also noch mal kurz reinschauen, was er schreibt. Weil sie weder eine Kirche noch ein bestimmtes Haus hatten, wies ihnen der König für die nächste Zeit in dem Teil seines Palastes, der gegen Süden an den Tempel des Herrn grenzt, eine Wohnung an. Weil sie ihre Niederlassung neben dem Tempel des Herrn im königlichen Palast haben, so heißen sie daher die Bruderschaft der Tempelritter. Okay, schnell noch mal die Karte eingeblendet. Balduin hat den Templern also einen Ort in seinem Palast gegeben, wie Wilhelm schreibt. Sein Palast war der Ort, den die Kreuzfahrer als Templum Salomonis, als Tempel Salomos verehrten. Das ist die heutige Al-Aqsa-Moschee. Später tragen sie den Bezug darauf sogar in ihrem Namen. Arme Ritterschaft Christi des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Auf dieser zeitgenössischen Karte Jerusalems sehen wir das sogar ganz konkret eingezeichnet. Schaut mal. Der Templum Salomonis ist mit dem Vermerk Melitia Templi ergänzt. Er ist nahmensgebend, weil hier diese Ritter ihre Heimstätte gefunden haben. So und damit fügt sich jetzt auch das Bild so ein bisschen zusammen, diese Ordensgründung, oder? Glaubmann Wilhelm wurden die Templer auf dem Tempelberg gegründet. Die Grabeskirche spielt bei ihm noch keine Rolle. Alle Dokus zeigen das uns auch so. Wir kennen aber nun halt auch die ganze Geschichte. Denn die Templer fanden sich zunächst mal in der Grabeskirche zusammen und fanden dann erst auf dem Tempelberg ihre Heimstätte. Wann genau die Templer auf diese Tempelesplanade umgezogen sind, wissen wir nicht so recht. Glaubhaft ist an der Stelle wohl, dass das im direkten Zusammenhang mit ihrer Gründung steht. Die, das haben wir ja vorhin schon gehört, womöglich auf der erwähnten Versammlung in Nablus 1120 vollzogen wurde. Und wenn man mal drüber nachdenkt, würde ja auch Sinn machen, oder? Ihnen mit ihrer organisatorischen Eigenständigkeit auch eine eigene Unterkunft zu legen. Auch legt die Chronik an Null diese Reihenfolge nahe, denn nach der Versammlung in Nablus habe der König ihnen, Zitat, Ländereien, Burgen und Dörfer übertragen. Konkrete Hinweise für diesen genauen Zeitpunkt haben wir damit allerdings nicht, nach allem was ich weiß. Auch das muss ganz klar gesagt sein. Damit hat natürlich Wilhelm von Tyrus mit seiner Behauptung, dass die Templer auf dem Tempelberg gegründet wurden, auch irgendwie recht. Denn wenn sie mit der Gründung eben in den Tempel und Salomonis umgezogen sind, passt das ja schon irgendwie. Konkrete Beweise für diesen genauen Zeitpunkt der Umsiedlung auf die Tempelesplanade haben wir allerdings nicht, nach allem was ich weiß. Aber was wir wissen, spätestens ab 1125 waren sie aber dort ansässig, denn dann ist diese Bezugnahme auf den Tempel auch im Namen der Templer erstmals zumindest urkundlich verbrieft. Das ist zumindest die früheste Quelle, die ich dazu kenne. Und in dieser Quelle bestätigte König Baldi in der Zweite nämlich einigen Venezianern eine Schenkung. Und wer bezeugt diesen Rechtsvorgang? Ein gewisser Hugo, bezeichnet als Magister Militium Templi, als Meister der Miliz des Tempels. So, zu guter Letzt gibt Wilhelm noch folgendes Kund. In diesen ersten neun Jahren bestand ihr Orden auch nicht aus mehr als neun Rittern. Von da an aber fing ihre Zahl sich an zu vermehren und ihre Besitzungen erweiterten sich. Diese Story habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Es sollen Hü und acht weitere, also neun Ritter gewesen sein, die den Tempelorden gegründet haben. Aber mal ehrlich, neun Jahre, der neuen Ritter, das hört sich schon im ersten Moment gleich ein bisschen arg nach Zuverladen, finde ich, oder? Weiß nicht, wie es da euch geht. Die neun Jahre sind zunächst mal relativ leicht erklärt, denn die beziehen sich auf die Zeit 1120 bis 1129. Also den Zeitpunkt der Gründung bis 1129, ein super wichtiges Jahr für die Templer, in dem nämlich das Konziv von Troa stattgefunden hat. Hier hat der Orden offiziell seine Ordensregel bekommen. Die Sache mit den neuen Rittern ist ein bisschen komplizierter. Aus Wilhelms Sicht macht die Zahl natürlich total Sinn, denn er will die einfachen und kleinen Anfänge des Ordens betonen und sie der heutigen Korrumpiertheit und Machtgeilheit gegenüberstellen. Dennoch muss man ehrlicherweise aber sagen, dass die Zahl neun faktisch gesehen aus einer Reihe an Gründen unglaubwürdig ist. Man kann nämlich wohl ziemlich safe sagen, dass eine Gruppe von nur neun Rittern, 1129, keine päpstliche Anerkennung erhalten hätte, weil, überlegt mal, wenn der Orden keinen Zuspruch in Form neue Mitglieder gefunden hätte, dann hat die neue Ordensidee so geil ja irgendwie auch nicht sein können, oder? Und gegen diesen Mythos von neun Rittern für neun Jahre spricht auch eine Werbereise von Huy und einigen seiner Ritter im Jahr 1127 in den Westen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Denn er soll zusammen mit fünf weiteren Rittern unterwegs gewesen sein, was bedeutet hätte, dass lediglich irgendwie drei Templer in Jerusalem zurückgeblieben wären? Angesichts der dramatischen Lage vor Ort scheint es ein bisschen wenig. Und für all jene, die vorher gut aufgepasst haben, diese Zahl neun widerspricht ja auch der Gründungsgeschichte, wie wir sie bei Michael dem Syrer finden. Der spricht nämlich von, ja, 30 Rittern. Das scheint sehr viel wahrscheinlicher, aber sind wir ehrlich, auch die 30 muss natürlich letztlich eine Vermutung bleiben. Es gibt interessanterweise aber ein paar Indizien, die andeuten, dass die Templer später im Verlauf der Geschichte versucht hätten, diese Zahl als einen, diese Zahl neun als einen Teil eines Art Gründungsmythos zu etablieren, egal ob sie nun stimmt oder nicht. Ein Hinweis darauf ist vermutlich noch heute in der Templerkirche St. Vivignati in Perugia zu finden. Schaut mal hier. Prangernd über dem ganzen Kirchenraum sieht man da ein Kreuz mit zwei kleineren Kreuzen, umringt von neun Sternen. Es wäre möglich, dass die vielleicht für die neuen Gründungsväter des Ordens stehen. So richtig quellentechnisch belegen kann man das allerdings nicht nach allem was ich weiß. Auch das ist wichtig hier zu sagen. So, und damit haben wir eine Menge wichtiger Punkte angesprochen, die in der Frühphase des Tempelordens bedeutsam sind. Bei unserem Hauptprotagonisten Hü hat sich in diesen Jahren einiges getan, möchte ich meinen, oder? Daraus ergibt sich auch für die Gründungsphase der Templer eine Chronologie, die ungefähr wie folgt aussehen könnte. 1099 wird Jerusalem durch die Kreuzfahrer eingenommen. Nach 1113 oder 1114 finden sich die Proto-Templer nach und nach in der Grabeskirche und bzw. oder zeitweise bei den Johannitern im Spital ein. Sie schließen sich als Laien den Kanonikern des Heiligen Grabes an. Irgendwann entsteht aber der Entschluss, eine eigene Gemeinschaft zu gründen, um bedrängte Pilger zu schützen. Vermutlich 1120 werden die Templer womöglich auf einer Versammlung von Fürsten in Nablus gegründet. Im oder in der Folge des Jahres 1120 lassen sich die Templer auf Geheiß des Königs von Jerusalem, bald in dem zweiten, in einem Gebäude auf dem Tempelberg nieder, das die Kreuzfahrer als Tempel Salomos identifizieren. Danach benennen sich die Ritter und nennen sich in Zukunft die Templer. Heute ist der Ort in Form der Al-Aqsa-Moschee erhalten. Spätestens 1125 ist auf jeden Fall dieser Schritt vollzogen, denn dann taucht Huy de Pins, der erste Großmeister des Ordens, erstmals urkundlich mit der Beschreibung Magister Militium Templi, Meister der Miliz des Tempels auf. 1127 reichs Huy de Permit einigen seiner Getreuen dann nach Westen, um für den neuen Orden Werbung zu machen. Und auch das sei noch kurz erwähnt, 1129 schließlich bekommt der Orden auf dem Konzir von Troa seine Ordensregel. Und damit ist der Gründungsprozess dieser neuen Gemeinschaft offiziell beendet. Tja Leute, so oder so ähnlich könnte also eine Chronologie der frühen Templer aussehen. Ich freue mich sehr, wenn für den einen oder anderen vielleicht neue Infos dabei waren. Und falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über jegliche Form der Interaktion. Ein Like oder ein Abo, ein Kommentar, stellt mir eure Fragen, packt mir eure Kritik in die Kommentare, ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Handelker. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Amen.